Hallo! Wir wollten euch heute mal den Inhalt unserer Taschen zeigen. What's in my bag? What's in my Rucksack? Schau mal auf hier. Was haben wir hier drin? Ein Portemonnaie. Ein Deo. Woher ist deine Tasche? Meine Tasche habe ich von meiner Schwester geklaut. Und die hast du? Wo hast du die Tasche her? Wir haben meine Schwester hier sitzen. Mühlheim. Aus Mühlheim ist die Tasche. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Tabletten. Noch ein Deo. Er hat einen kleinen Deo-Fetisch. Das ist ganz schlimm. Oh ja. Mentos Kiss Me heißen die. Handy. Zigaretten. Lippenstift. Ein iPod. Der ist immer dabei. Irgendein Flyer. Oh, oh, oh. Ein Schlüssel. Mit einem Einhorn dran. Ja. Kaugummi. Ein Kugelschreiber. Ein Feuerzeug für die Zigaretten. Und Müll. Das war's. Meine Tasche ist von Primark. Für 5 Euro, glaube ich. Ich glaube 5 Euro hat das echt nur gekostet. Und da drin habe ich ganz viel Müll. Ich habe auch wirklich jetzt vorher nicht reingepunkt. Ein Paket für, wo Pflaster drin waren, die nicht mehr da drin sind. Ein Parfüm. Ich habe das mal drauf gesprüht. Und die Niki, meine Freundin, hat gesagt, das riecht gut. Das ist voll schön. Ja, voll. Ein Papier. Ein Tanktop. Mein Portemonnaie, was nicht mehr zugeht. Mit ganz viel Müll drin. Und eine Tattoo-Convention-Karte. Hier sind die Pflaster drin, die eigentlich in das Paket gehört haben. Hier ist übrigens nicht drauf. Schminke. Meine Handcreme, die schon voll abgelaufen ist. Und mega stinkt. Oh, ein Lipgloss in so einer... Also nicht Lipgloss, ein Labello. In so einer Verpackung. Gehört eigentlich an Schlüssel. Haaröl. Kopfschmerzerbecken. Ein Lipgloss. Tattoo-Creme. Ein Lipgloss. Mein Arbeitsschlüssel. Mein Haustürflüsse. Ein Spiegel. Ein kaputter Chanel-Spiegel. Ein Lipgloss. Eine Parfümprobe und ein OB. Fast leere Taschen. Meine externe Festplatte in einem richtig geilen Täschchen. Schmuckpapier. Deo. Männer-Deo. Puder. Lipgloss. Ob. Papier. Haarklammer. Müll. Sonst nur Müll. Haarklammer mit Müll. Ein Anhänger. Ein Anhänger, wo die Telefonnummer von meinem Tierarzt draufsteht. Schmuckpapier. Nur Müll. Mein Ticket. Und ganz viel Kleingeld. Was? Ach ja, dein Portemonnaie ist ja kaputt, ne? Ja. Okay. Das war's. Und mein Handy hat die Lu in der Hand. Jo. Tschüssi. 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 Tschüssi.